jetzt so liebe leute herzlich willkommen zu let's play rockfest und wir machen heute weiter mit dem nächsten teil und das heißt jetzt die pro internationals die uns heute anstehen wir fahren ein kleines turnier und zwar mit v8 thunder oder v8 dollar wenn ich jetzt mitnehmen kann ich gut starten wir rein ins erste rennen von insgesamt vier und das geht heute los ja ihr habt gesehen gestern wieder vorgestern ist das ein squid läuft auch wieder ein bisschen an und wieder ein bisschen mehr und jetzt habe ich ein bisschen wieder luft damit man sagen kann ich kann mal wieder ein bisschen was mehr aufnehmen und das mache ich auch heute auf alle fälle oder mache ich jetzt allgemein soweit es irgendwie möglich ist es war die letzten wochen nicht möglich zumindest dass ich nicht alles ist komplett hoch halten konnte oder aufnehmen konnte und alles drum und dran jetzt funktioniert es wieder ein bisschen also ja aber weg fest läuft immer auf geht's willkommen zu big value speedway starten wir rein in den ersten von vier läuft mal gucken wie weit ist heute nach vorne geht es wieder das geht wahrscheinlich wieder um punkt da wird jetzt wieder wichtig wichtig doch wenn wir mal mit klump denn das auf jeden fall schon habe ich da sechs runden sind heute dran wirklich nach vorne kommen jetzt gerade nicht weil immer wieder innen einer durch sich durch morge flächschaden rausgedreht der wohl da vorne kloppen sich zwei das heißt dem ange ich mir noch schnell so wenn man ich habe mal wieder ein innen habe der mich dann da nur all der sich dazwischen morgen wer da mir noch den platz zustande bringen diese lücke kostet ich will mir nämlich die führende da vorne holen aber momentan sieht so aus würde es ja war doch genau verrückt jetzt hast du vor den den führer den rhein köchsten ich habe kriege ich den jack markt mit dem krieg ist wahrscheinlich heute mehr weil der sich jetzt an den letzten morgen gewählt die kriege der wird das ding erste lauf ziemlich sicher gewinnen oder auch nicht jetzt klopfen sie sich aber hier um den führenden platz dritter momentan weiter jetzt wollen sie alle der mann kopf was ist denn heute los du bist du bist führende und kriegst dann dann kommen sie alle weil sie alle auf einen klub drüber und am ende bist du dann 19 da weißt du ey auch mann du bist bis zur letzten kurve bist du zweiter und schaffst es nicht weil sie dann alle ineinander queschen in dich rein queschen Mann, 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 das geht doch schon wieder gut los heute Aber gut, müssen wir jetzt mal gucken jetzt was wir auf die reihe bekommen Da wollten sie echt alle aufeinander Wir wollten nur mich gerade dann in dem moment oder beziehungsweise wollten nur irgendwie noch eine lücke finden aber wie gesagt ich bin zweiter und kriegst dann kommen sie alle ich werde sogar übereinander gestapelt in mich rein So kann man es nicht verkacken wir waren für erst mal wir hätten es eigentlich sogar Wir hätten sogar kurz rocken können und am ende müssen wir mit platz 19 im ersten lauf leben Na gut gehen wir rein Na gut gehen wir rein Also müssen wir jetzt irgendwie versuchen den zweiten lauf zu rocken Aber ich bin in dieser wand hängen geblieben auch, das ist das Problem Geil, das ist dann so, das passiert dann auf einmal, wir sind dann doch nur um einer nachdrück, also ein Fünfter ist, ob wir auf jeden Fall mal den, schade, ich wollte mein Geschirr in den Winddruck, ich bin dann mal hingeblieben an ihm. Ach, kommt doch nicht noch einer angeschissen, das ist das Traurige, ach Leute, ernsthaft jetzt, werf mich doch einfach mal in Ruhe, ich kann nichts machen, ich kann nichts machen, ich kann mich nicht zurücksetzen, weil einer dann doch noch irgendwie mischt, er mischt sich mit mich, weil man wird komplett umgedreht, und dann heißt es, der Traurige kann sich nicht zurücksetzen, die Geschwindigkeit ist ja viel zu hoch, weil der Mann ist immer 21. Kommt aber auch nicht rein ins Zunier, viele Punkte wird es nicht werden heute, viele Punkte wird es nicht werden, ich hatte so ein bisschen gehofft, um einen zweiten Laufen, um ein bisschen was mehr zu machen, aber scheinbar ist sie da heute. Der Wurm drin, aber richtig der Wurm drin gerade, wir tanzen immer nur zehnmal, also ich versuche gerade so ein bisschen, so weit wie möglich irgendwie nach vorne zu rocken. Aber du hast keine Chance, du wirst in den Eim rein und der, so ein bisschen Pech dreht, dass er sich so weg, und hält sich dann doch noch vor dir. Ach komm schon, Alter, ich habe euch drei noch geradehin überholt. Das kann doch nicht sein, dass er doch noch einer angelaufen kommt von euch. Also der Führende, Erste heißt es, Kevin GG. Fünfter, weil der noch, doch noch in der letzten Sekunde mich noch überholt, sechster sogar noch. Da haben wir doch noch eine Strafe, haben wir doch noch einen Plätze abgezogen bekommen, weil wir eigentlich fünfter gewesen sind. Ach man, was denn heute los? Momentan ist echt, weiß ich nicht, der Wurm drin, wir kriegen es gerade nicht auf die Straße. So, okay, Lauf Nummer drei, momentan sind wir eigentlich nur mit 19, 19.05. geworden, oder sechster sogar nur. Und, äh, so momentan ist es eher, ha, nicht gut. Aber gut, wir können ja noch ein bisschen was versuchen. Aber es scheint irgendwie gerade mit auf diesem Turnier hier überhaupt nicht zu laufen. Also der Start in dieses komplett neue Event funktioniert nicht. So momentan ist es einfach so, aber mal gucken. Ah man, der erste Lauf, der ärgert mich gerade so ein bisschen immer noch. Los geht's, Lauf Nummer drei in diesem Turnier. Irgendwann müssen wir auch mal anfangen, in einem Rennen zu gewinnen. Wenn man das Sickenflüssiger irgendwie gewinnt, oder die Wege zu meinen Läufe gewinnen, dann könnte man vielleicht sogar schaffen. Aber wie gesagt, das ist es halt einfach. Aber funktionieren wird es wahrscheinlich nicht, aber gut. So, der check ich mal weg, den Jungen. Momentan sind wir erst, aber scheinbar, oh Alter, war ja von mir. Ha, war was klar. Wenn du mal erster bist, dann hat er Geschwindigkeit so hoch. Fünf, ich verschleckte es sich 5000 Mal und dann heißt es noch Geschwindigkeit so hoch. So, habt ihr es jetzt? Ne, das kann ja schon, du kannst nicht rein. Denn, sobald du, die machen dann schön zu zweit doch die Lücke zu. Geh weg, lass mich doch einfach nur fahren. Lass mich doch einfach nur mein Rennen fahren, einmal ein Rennen zu gewinnen. Ne, kommst du nicht rein, kommst du nicht rein? In diese, du hast keine Chance da anzugreifen, sobald du, weil irgendwie noch... Och, geh mir doch, die ich jetzt auch für Nüsse, mein Freund. Na, Mann. So, lass mich in Ruhe. Letzte Runde. Verschwinde von mir. Yes, endlich mal was gewonnen. Yes, endlich, endlich, endlich. Ich meine, wird sich reichen, wahrscheinlich nicht für die... Wahrscheinlich nicht für die Komplette, für das Turnier. Aber gut, okay. Lass mal weiter. Machen wir weiter noch mit Laufnummer... Ach Gott sei Dank. Was ein Rennen, ey. Aber Gott sei Dank, wir haben es irgendwie gerockt. So, Laufnummer 4, der Letzte. So, gucken wir mal rein erst, wie es momentan aussieht. Wir sind Dritter momentan, 150 Punkte, also wir müssen gewinnen. Ja. Das Turnier werden wir nicht gewinnen, das ist klar. Ja, Screaming Eagle, der ist vorne durch diesen 19. Platz am 1. Lau. Wenn wir jetzt was rocken. Ja, mal gucken. Vielleicht ist es doch möglich. Also, wir müssen gucken. Wir versuchen, wir versuchen. Wir müssen das Ding auf jeden Fall gewinnen und vielleicht schaffen wir es doch noch mit dem Sieg, um zurück zu kämpfen in dieses Turnier. Ja, wie gesagt, mal gucken. Ja. Let's go. Lauf Nummer 4. Hier müssen wir jetzt was rocken. Na, da rutsche ich die Karre, aber... Ich arbeite mich noch nach vorne. Also, auch hier wieder 6 Runden, klar. Das sind hier beträgt also nur 6 Runden, aber es ist wieder... Wir führen. Erstmal führen wir. Immer noch. Also, ich muss ein bisschen aufpassen, weil die Karre extrem rutschig ist, wahrscheinlich. Ich glaube, das sind auch irgendwo noch die Standardreifen drauf. Also, laufen. Ohne noch 2, 6 Runden gibt es insgesamt. Vielleicht schaffen wir es irgendwie. Wie gesagt, ich will das Rennen gewinnen. Versuchen, das Rennen zu gewinnen. Und dann gucken wir mal, was haben wir noch aus. Im 3. sind wir noch mal dran. Und dieser Sieg... Oh, ich lacht mich doch. Aber Havikain Holiday hat auf jeden Fall es übelst auf uns abgesehen. Das war jetzt klar, dieser Drücker vorne in den Gangverkehr. Jetzt drinnen wir weg. Ja, ich bin überraschend. Oh, da kommt der... Oh, da muss man unbedingt noch wegrauen. Hau ab von mir. Lass mich doch einfach nur in Ruhe. Das hat nicht funktionieren. Eigentlich hätte ich gehofft, dass ich den einen noch mitnehmen kann. Und die sind alle aufeinander. Die lassen sich jetzt auch gerade nicht so ein bisschen in Ruhe. Runde 3. Und wenn ihr euch da nicht in Ruhe lasst, dann macht man das ganz anders. Dann jagen wir nämlich die... Patsch, patsch, patsch. Da kommt einer. Warte, da steht einer da. Ich war mit dem kompletten Feld noch mit rein. Ja gut, okay. Das war jetzt keine... Ich war jetzt ein bisschen unglücklich, weil der Kriegenverkehr da... Boah, Alter. Wir führen sogar momentan diesen Lauf an. Unsere Lebenszahndauer, damit haben wir 77. Das ist ein bisschen aufpassen, weil hier noch... ... restliche Wackteile umliegen. Wir gehen jetzt im Lauf in Runde Nummer 4. Überraschend. Im Zweifel klatscht der Boogeyman, oh Mann. Ist das sogar der Führende momentan? Hau ab jetzt, der ist ja nicht von mir. Ach Mann, gehen wir nicht an die Anlaufung. Aber wo ist... Mann, hau ab jetzt, der ist ja nicht von mir. Na klar, wir führen ja... Der erste ist vorneweg. Klar. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der... Ja, der Motor ist eh durch. Jetzt war es anders geplant eigentlich. Ach, geh mir doch nicht anlaufen! Nö, für Nüsse! Ihr versorgt mir so mein Rind. Ich meine, ich bin Zweiter momentan. Ich muss aber dieses Lauf eigentlich gewinnen, um eine Chance zu haben. So, den habe ich jetzt erstmal noch mitgenommen. Vielleicht reicht es, um... Ja, wir sind Erster. Doch, ich habe ihn tatsächlich aus dem Rennen rausgeholt. Laufnummer... ...und die Nummer 5. Klar, wenn wir jetzt natürlich ein bisschen aufpassen müssen. Wir sind zwei Erster, aber... Dann nehmen wir die... Ja, gut, das ist eine ausgenommen. 38 haben wir noch. Ich hoffe doch, dass wir das Rennen irgendwie überleben. Ich glaube, wir haben sowieso allzu wenig... ...wenig Autos noch drin. Sechs... Äh, jetzt müssen es auch vier oder fünf Autos sein, weil alles brennt hier. Wo die gefühlt sind doch drei Autos hinter mir. Das Autos hört sich am Auto, der gut hat. Aber das scheiße, ich habe ja versucht, es irgendwie dann da auszunehmen. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Ich glaube, dann war es das aber auch schon im größten Teil. Wieder einer raus aus dem Rennen. Scheinbar war das nur ein Ausrutscher im ersten Lauf. Wenn nicht hier noch irgendwie jetzt... ...irgendwelche Dramatik hier passiert. Wenn hier noch irgendwas jetzt... ...unvorhergesehenes passiert. Da irgendwie noch den... ...Sieger... So, ich weiß, dass einer auch noch mal hinter mir klebt. Und zwar nicht allzu weit weg. Ab. Und wir gewinnen diesen zweiten Lauf... ...diesen letzten Lauf, diesen vierten... ...Gott sei Dank. Alter Verwalter. Ihr habt es doch noch irgendwie gerockt. Seht ihr gerade? Wir haben nur fünf Autos überlebt. Alle anderen sind raus. Reicht es am Ende sogar, um das Ding nach Hause zu holen? Puh, Gott sei Dank. Was ein Lauf. Was ein Rennen. Aber ich weiß gar nicht, ob es reicht. Ob es... Ob es das Final tatsächlich sogar noch reicht für den... ...Gesamtsieg. Ja. Tut's. Gut. Ich hoffe, die Sagen mal feiern. Wir sind zu einer nächsten Folge wieder. Und dann geht's weiter. Hier in Wreckfest. Ich hoffe, die Sagen mal feiern.